Was ist schon mal verzweifelt? Ach, hier bist du jeden Tag verzweifelt, ne? Also, weil so viele Anti-Fußballer dabei sind, ne? Die müssen aber nicht aufnehmen. Wo schöpfen denn Ihre Hoffnung her? Die einzige Hoffnung, dass ich heute Abend vor allem dieses Abendessen wiederkriege, ne? Das kann ich Ihnen sagen. Dass ich manchmal hier sehe, was wir für schwache Fußballer haben. Warum liegt das denn? Warum? Weil sie sich keine Mühe geben, mein Gott, nochmal. Das ist das doch hier, ne? Da sind zwei, drei dabei, die können das. Alle anderen können das nicht, ne? Ich nehme Scheiße hier, ne? Was wir hier zusammen trainieren, da kannst du jede zehnte Flanke, die kannst du gebrauchen. Ende, ne? Jeden zehnten Flankenball, ne? Na, und jetzt? Ja.